Ein Dokument speichern. Es gibt drei Möglichkeiten, ein Weiterdokument zu speichern. Mit der gleichzeitigen Betätigung der Tasten STRG und S oder wählen Sie Datei speichern oder klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern der Standard-Symbolleiste. Sie können weiter auch so einstellen, dass Ihr Dokument automatisch in bestimmten Intervallen gespeichert wird. Wählen Sie Extras, Optionen, wählen Sie Laden, Speichern, Allgemein. Bei Speichern von Autowiederherstellungsinfo alle 15 Minuten legen Sie das Intervall fest. Der Standardwert ist 15 Minuten. Geben Sie den gewünschten Wert ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017